Stell dir mal vor, du hast deine ersten 100.000 Euro Vermögen aufgebaut. Tatsächlich ist dieser Meilenstein der wichtigste Wendepunkt beim Vermögensaufbau. Charlie Manger sagte einmal, dass die ersten 100.000 Euro verdammt schwer zu verdienen sind, aber du musst sie unbedingt erreichen. Der Grund dafür ist einfach, sobald du diese magische Grenze erreicht hast, wird auch dein Depot regelrecht explodieren. Auch ich habe mit meinem Depot die ersten 100.000 Euro vor nicht allzu langer Zeit geknackt und seither hat sich mein Vermögensaufbau drastisch beschleunigt. Ich zeige dir, warum es so wichtig ist, diesen Meilenstein so früh wie möglich zu erreichen und warum der weitere Vermögensaufbau zu ersten Millionen Euro deutlich einfacher ist. Am Ende dieses Videos zeige ich dir noch eine Strategie, wie du dein Vermögen von 100.000 Euro sicher und einfach erreichen kannst. Doch zuerst müssen wir verstehen, warum die ersten 100.000 Euro so schwer sind. Wer sein Geld anlegt, kann mithilfe des Zinseszinseffektes theoretisch ein hohes Vermögen erreichen. Allerdings gibt es hier ein großes Problem. Der Zinseszinseffekt beschreibt, dass man nicht nur Zinsen auf das ursprünglich angelegte Geld erhält, sondern auch im Laufe der Zeit auch Zinsen auf die bereits verdienten Zinsen, was dazu führt, dass das Vermögen exponentiell anwächst. Wie ein Schneeball, der einen Hang hinunterrollt und so immer mehr Schnee aufnimmt und immer größer wird. Wer aber die ersten 100.000 Euro aufbauen möchte, wird sehr schnell feststellen, dass der Zinseszinseffekt zu Beginn nur wenig Einfluss auf den Vermögensaufbau hat. Warum das so ist, das sehen wir anhand des folgenden Beispiels. Angenommen, du hast bereits eine beachtliche Summe von 10.000 Euro gespart und hast das Geld in einen breit gestreuten Welt-ETF investiert, der eine jährliche Rendite von 7% erzielt. Nach 5 Jahren hätte man mithilfe des Zinseszinseffektes ein Endkapital von rund 14.000 Euro erreicht. Das sind aber gerade einmal 4.000 Euro Rendite in 5 Jahren. Das ist leider extrem wenig und du würdest insgesamt fast 35 Jahre lang warten müssen, bis aus 10.000 Euro 100.000 Euro geworden sind. Wie stark sich der Zinseszinseffekt auswirkt, hängt hier von drei Faktoren ab. Das investierte Kapital, der Zins und die Zeit. Wenn du anfängst, dein Kapital aufzubauen, kannst du leider nur sehr geringfügig vom Zinseszinseffekt profitieren. So hilft die Rendite zu Beginn nur bedingt und wir müssen den größten Teil von unserem Vermögen selber ansparen. Das macht den Start vergleichsweise schwer und das wird auch anhand der folgenden Darstellungen deutlich. Stell dir vor, du hast kein Startkapital und kannst jeden Monat 400 Euro von deinem Einkommen investieren. Auch hier nehmen wir eine jährliche Rendite von 7% an, dann würdest du die ersten 100.000 Euro erst nach 13 Jahren erreichen. Wenn man aber die Einzahlung mit der Wertsteigerung vergleicht, dann erkennt man, dass die Einzahlung 62.400 Euro von den 100.000 Euro ausmachen. Somit müssen wir fast zwei Drittel selber ersparen und nur ein kleiner Teil kommt hier aus den Wertsteigerungen. Zudem sind 400 Euro im Monat auch nicht gerade wenig und für viele Menschen bedeutet so eine hohe Sparrate ein Verzicht auf Lebensqualität und Konsum. Warum es sich aber trotzdem langfristig lohnt, das wirst du verstehen, wenn wir schauen, was passiert, wenn wir die 100.000 Euro erreicht haben. Warum wird also dein Depot nach 100.000 Euro explodieren? Auch wenn der Weg bisher nicht einfach war, wird es nun deutlich entspannter. Denn jetzt wird man die Auswirkungen des Zins-Zinseffektes deutlich spüren und dieser sorgt dafür, dass sich die Zeit bis zum Erreichen der nächsten 100.000 Euro Marke immer weiter verkürzt. Für die nächsten 100.000 Euro brauchen wir bei einem Sparplan von 400 Euro nur noch weitere 6 Jahre und 10 Monate. Das ist 48% schneller im Vergleich zu den ersten 100.000 Euro, für die wir eben fast 13 Jahre gebraucht haben. Wir brauchen also nur noch die Hälfte der Zeit, was schon sehr verblüffend ist. Und das Beste ist, dass die Zeitabstände immer kürzer werden. Bis 300.000 brauchen wir nur noch 4,6 Jahre, dann 3,5 Jahre, bis wir schließlich für die letzten 100.000 bis zur Erreichen der 1-Millionen-Marke nur noch ein Jahr und 5 Monate benötigen. Beim gewissen Zeitpunkt spielen zusätzliche Einzahlungen kaum noch eine Rolle. Das wird deutlich, wenn man wieder die Wertsteigerung vom eingezahlten Kapital getrennt darstellt. Es zeigt sich, dass die Rendite exponentiell anwächst, während das eingezahlte Kapital bei gleichbleibenden Sparbeträgen lediglich lineal zunehmen kann. Du könntest theoretisch auch dein Depot ohne zusätzliche Investitionen weiterlaufen lassen und würdest dein Vermögen fast genauso schnell aufbauen, wie mit zusätzlichen Sparbeträgen. Angenommen, wir würden ab 500.000 Euro Vermögen keine weiteren Einzahlungen leisten, dann würdest du für die nächsten 100.000 Euro nur 2 Jahre und 8 Monate benötigen. Mit einem zusätzlichen 400-Euro-Sparplan wäre diese Zeit gerade mal 3 Monate kürzer. Somit muss man quasi nur einmal diese große Hürde schaffen und die 100.000 Euro erreichen und kann es danach theoretisch auch etwas ruhiger angehen lassen. Aber wie können wir die ersten 100.000 Euro möglichst schnell aufbauen? Man braucht hierfür kein sechsstelliges Gehalt und auch kein hohes Startkapital. Ich zeige dir kurz und knapp, wie man in 3 einfachen Schritten die ersten 100.000 Euro mit einem durchschnittlichen Gehalt ohne Startkapital knacken kann. Hier sind 3 Tipps, um diese Marke schneller zu erreichen. Tipp 1, automatisiere deine Sparraten. Hier hilft insbesondere ein Zwei-Konten-Modell. Eröffne dazu ein Depot. Der Broker, den ich nutze, habe ich dir mal unten in die Videobeschreibung kopiert. Und investiere jeden Monat fest über einen Sparplan in deine ausgewählten ETFs. Man hat ja so gut wie keinen Aufwand und du bist deinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Ein Zwei-Konten-Modell zwingt dich auch dazu, deine Ausgaben besser zu kontrollieren. Das bringt uns auch zu Tipp Nummer 2, lebe mit dem Mindset, dass du unnötige Ausgaben vermeiden solltest und das Geld besser zusätzlich investierst. Anstatt wieder 100 Euro für Konsum auszugeben, überlege doch mal, ob es nicht besser ist, das Geld in einen ETF zu investieren. Nur 100 oder 200 Euro im Monat bringt dich deinem Ziel deutlich näher. Hierzu habe ich auch mal ein Video gemacht, in dem ich die sieben größten Geldfresser aufgezeigt habe. Viele Menschen geben zu viel Geld für Konsum aus und wissen gar nicht, welche Chancen sie langfristig damit verpassen. Ich habe das Video mal unten in die Videobeschreibung kopiert. Tipp Nummer 3, konzentriere dich auf deine Einnahmequellen. Wenn du noch jung bist, solltest du auch in dich selbst investieren und versuchen, dein Einkommen zu steigern. Lerne zusätzliche Fähigkeiten, wechsle häufiger den Arbeitgeber oder mache dich nebenbei selbstständig. Wenn man jung ist, kann man gegebenenfalls auch noch einen Nebenjob in Betracht ziehen und so die ersten 100.000 Euro deutlich schneller erreichen. Das durchschnittliche Einkommen in Deutschland liegt bei rund 2.450 Euro netto im Monat. Laut einer Faustformel sollte man davon rund 15 bis 20 Prozent pro Monat beiseite legen können. Das sind also zwischen 370 und 490 Euro. Wer nebenbei noch etwas Geld verdienen kann, kann theoretisch sogar Sparraten von 600 oder 800 Euro erreichen. Hier eine kleine Tabelle, wie lange man mit den jeweiligen Sparsummen brauchen würde, um die ersten 100.000 Euro zu erreichen. Hier musst du dann schauen, was für dich möglich ist. Nun ist noch wichtig, dass man sein Geld auch richtig investiert und hier würde ich drei Varianten mit unterschiedlichen Risikostufen vorschlagen. Die erste und konservative Variante ist ein einfaches Welt-ETF-Portfolio. Hier kann man zum Beispiel den Vanguard Fuzio World ETF wählen, der sowohl Industriestaaten als auch Schwellenländer umfasst. Der zugrunde liegende Index kommt in den vergangenen zehn Jahren auf eine durchschnittliche Rendite von 7,9 Prozent pro Jahr. Wer aber etwas mehr Rendite möchte, aber auch mehr Risiko in Kauf nehmen kann, der kann auch nur in Industriestaaten investieren und ein MSI World ETF wählen. Die historische Rendite der letzten zehn Jahre liegt bei 11,99 Prozent und in den letzten 20 Jahren konnte der Index eine jährliche Rendite von 8,5 Prozent erzielen. Die dritte Option werde ich dir gleich noch verraten, aber diese beiden genannten ETFs sind aus meiner Sicht bereits vollkommen ausreichend und sind auch für eine breit gestreute Anlagestrategie geeignet. Wir haben eben gesehen, dass die Renditen am Anfang des Vermögensaufbaus keine übergeordnete Rolle spielt. Mit der Zeit wird aber auch die Rendite immer wichtiger. Jeder weitere Prozentpunkt lässt dein Kapital deutlich schneller wachsen. Wie sich die Rendite auf unser Kapital und die benötigte Zeit auswirkt, kannst du hier sehen. Angenommen wir schaffen es, eine höhere Rendite zu erzielen, statt 7 Prozent, nehmen wir mal an, dass wir 10 Prozent erreichen können. Mit dieser Rendite und einem Sparplan von nur 400 Euro im Monat kann man die Millionen-Euro-Marke, wenn man bereits die 100.000 Euro erreicht hat, in ca. 20 Jahren erreichen. Eine jährlich höhere Rendite führt in Kombination mit genug Zeit zu einem deutlich höheren Ergebnis. Aber ist das überhaupt realistisch, 10 Prozent über einen längeren Zeitraum von 20 Jahren? Hier kommt nun der dritte ETF ins Spiel, den ich eben bereits angeteasert habe. Eine Möglichkeit bietet hier ein ETF auf den S&P 500. Mit über 500 Unternehmen ist der ETF zwar stark gestreut, birgt aber auch ein gewisses Risiko, da sich der ETF nur auf die USA konzentriert. Dafür wurden Investoren in den vergangenen Jahren mit einer sehr attraktiven Rendite belohnt. In den vergangenen 20 Jahren hat der S&P 500 ca. 10 Prozent Rendite pro Jahr erzielt. Hier muss jeder für sich entscheiden, wie viel Risiko er bereit ist einzugehen. Aus meiner Sicht sind 10 Prozent aber durchaus realistisch, wenn man bereit ist, etwas mehr Risiko und weniger Diversifikation in Kauf zu nehmen. Doch wofür machen wir das überhaupt? Gibt es einen tieferen Sinn, sich so ein hohes Vermögen aufzubauen? Wir haben gesehen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt das Vermögen eine Dimension erreicht, dass du quasi finanziell unabhängig bist und jeden Monat so viel Geld ernehmen kannst, um davon zu leben. Wie viel Einkommen du theoretisch pro Jahr nehmen kannst, habe ich dir anhand dieser folgenden Grafik einmal verdeutlicht. Sicherlich ist das höchst individuell und manche brauchen mehr und manche weniger zum Leben. Aber wir gehen mal von einer sicheren Entnahmerate von 3,5 Prozent aus. Bei diesem Wert sollte das Portfolio trotz Schwankungen am Kapitalmarkt niemals auf Null gehen und die Wertsteigerungen sollten die Entnahmen über die Zeit ausgleichen. Bei einer Sparrate von 400 Euro und einer jährlichen Verzinsung von 10 Prozent könntest du nach 20 Jahren rund 10.000 Euro pro Jahr von deinem Depot entnehmen. Nach 30 Jahren könnten aber schon theoretisch Entnahmeraten von 29.000 Euro möglich sein. Das sind knapp 2.400 Euro im Monat. Das klingt zwar nach einer sehr langen Zeit, aber wir haben ja gesehen, dass alles davon abhängt, wie schnell man die ersten 100.000 Euro zusammengespart hat. Grundsätzlich sind also noch höhere Entnahmeraten zu früheren Zeitpunkten möglich. Bevor du aber deinen ersten ETF-Kauf tätigst, empfehle ich dir noch rund 25 Minuten von deiner Zeit in dieses Video hier oben zu investieren. Hier bekommst du das komplette Basiswissen vermittelt, das du benötigst, wenn du mit dem Investieren beginnen möchtest. Schau dir das Video zum Start also unbedingt an und klicke hier oben auf dieses Video.